Wer von Ihnen mag Geschichte? Und wer von Ihnen hat schon aus Geschichten gelernt? Also nicht nur als Kind, sondern auch heutzutage. Damit verbunden die Frage, welche guten Geschichten über Unternehmen, über Unternehmenskultur oder vielleicht über Lernkultur kennen Sie und welche aktuellen Beispiele verbinden Sie damit? Mein Eindruck ist, über Geschichten können wir, was das Lernkulturthema betrifft, sehr viel vermitteln, was wir in Text und in Bildern nur sehr, sehr schwer verpacken. Am Beispiel einer Organisation und Organisationskulturentwicklung hat Volker Königer gezeigt, dass Kulturentwicklung mit vielerlei Maßnahmen funktionieren kann, vor allem wenn man eine stimmige Metapher und stimmige Geschichten dazu findet. Ich glaube, dieser Ansatz lässt sich weiterentwickeln und kann uns dabei helfen, die Lernkultur von Akademien und Weiterbildungseinrichtungen zu beschreiben. Diesen narrativen Ansatz, also über Geschichten die Lernkultur zu vermitteln, dem Thema möchte ich mich widmen in meiner Session. Ich lade Sie also herzlich ein, mit mir zu diskutieren, gemeinsam auf Basis eines systemischen Verständnisses über eine Lernkultur und deren Vermittlung einer Geschichte nachzudenken und Strategien zu entwickeln, um herauszubekommen, wie muss denn diese Geschichte erzählt werden? Welche Personen brauchen wir in dieser Geschichte? Also wie ist sozusagen das Drehbuch und wie ist die Storyline? Der Aufbau der Session ist relativ einfach. Wir treffen uns in Frankfurt. Ich stelle noch mal kurz vor, was der Hintergrund dieser Überlegungen ist, gehe auf ein, zwei Aspekte meiner Dissertation ein, in der ich sozusagen eine Vorarbeit leiste für diese Geschichten und möchte dann mit Ihnen eine Double-Flip-Session aus dieser Session machen. Double-Flip heißt, meine Erfahrung ist, die wenigsten bereiten sich groß auf Sessions in Barcamps vor. Was gleichzeitig aber auch ein Problem ist, ist die Nachbereitung. Das heißt, viele sind in der Präsenz und danach geht es verloren. Ich möchte mit Ihnen probieren, dass wir in der Session dazu kommen, dass so viel Interesse daran ist, dass wir so viel Beteiligung haben, dass Sie sich das Video anschauen oder andere und an den entsprechenden Stellen kommentieren, wir also in eine Diskussion kommen, die angeregt wurde durch die Präsenz-Session. Dabei hilft uns die neue Plattform von Jojo und Flo hier zu EduBreak, also sprich die Möglichkeit, im privaten Raum über bestimmte Elemente der Session zu diskutieren. Ich hoffe, Lutz wird es schaffen, dass wir diese Session aufnehmen können und dann gemeinsam an diesem Material weiterlernen. Von daher, die Diskussion ist eröffnet. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme Ende September am CLC und ja, alles Gute bis dahin. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme Ende der Session.